Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Angry Birds Part Nummer 32. Normalerweise ist es schon lange her, dass ich aufgenommen habe. Ja, das ist eine neue Aufnahme. Und ja, sieht man es hier? Hier sieht man es schon, dass Angry Birds bei Version 4.1 oder was es jetzt gerade ist, etwas anders ausschaut. Irgendwie ist alles größer und so weiter. Das habe ich hier am ersten dann im Menü gemerkt, weil hier haben wir früher viel mehr Kapitel gesehen. Und jetzt sind die alle so groß und diese Punktzahl bewegen sich nicht mit. Die sind dann gleich normalerweise auch immer ein bisschen größer geworden. Ja, das ist mal so die erste Neuerung, was ich hier so feststellen konnte. Was ich hier noch viel leicht erkennt, ist, dass ich hier schon 48 Sterne habe. Während wir in der Aufnahme erst bei 47 waren. Das liegt einfach daran, dass ich bei der Aufnahme hier nur zwei Sterne gehabt habe. Dann ja jetzt diese lange Aufnahmepause gehabt habe. Und jetzt etwas weniger darauf geachtet habe, was ich jetzt am Computer mache. Und somit ist auch der Spielstand von Angry Birds abhanden gekommen. Und ich habe jetzt, ja, zum Großteil habe ich gestern gemacht, hier und hier wieder alle Sterne. Und hier im ersten Kapitel war etwas Nerven aufreibend, wie ihr euch sich vorstellen könnt. Und jetzt habe ich mal den Level hier, den wollte ich auch auf zwei Sterne machen, aber habe direkt beim ersten oder zweiten Versuch, weiß ich jetzt nicht mehr, drei Sterne bekommen. Das will ich jetzt so schnell wie möglich dann natürlich wiederholen. Und hier ist es dann wieder Blind sozusagen. Also hier weiß ich dann nichts mehr. Gut, dann gehen wir direkt mal in den Level rein. Und den Term habe ich natürlich auch erst jetzt gestartet, weil das alles nur vorgeplänkelt war. Und ich hoffe, ich weiß mal ungefähr, wie es gegangen ist. Müsste ich aber hinbekommen eigentlich. Und zwar habe ich das direkt mal so gemacht, dass ich die Sterne dorthin schleudere. So, dann müssen dort alle weg sein. Genau, den Turm habe ich eigentlich in die andere Richtung fallen lassen. Aber mal schauen, was es bringt, wenn er da runter fliegt. Wenn die Sterne da runter fallen. So, versuchen wir es nochmal. Jetzt müsste der Turm eigentlich nur noch dort hinfallen und alle Schweine müssen drauf gehen. Gut, das ist schon mal anders als bei dem Versuch, wo ich drei Sterne bekommen habe. Weil das ist der Schweine noch direkt, ja, zu den, zu seinen Ahnen aufgefahren oder wie auch immer das heißt. Ähm, jetzt jedenfalls müssen wir es sowieso nochmal hochgehen. Genau. Ich glaube sogar beim ersten Versuch als Kraft, drei Sterne zu holen. Ich wollte eigentlich nur zwei Sterne haben, dass ich es halt so wie im letzten Part, den ich aufgenommen habe, dass ich den ein bisschen nachstellen kann. Ja, hat nicht geklappt. Das sind wir der am Herst. Das geht's nicht. So, also nochmal. Und übrigens nämlich diesen Angry Birds Part jetzt mit Grabs auf anstatt mit Texturier, weil ich, ich schätze mal auch fürs neue Aufsetzen, hier gerade kleine Probleme habe mit Texturier und aufnehmen. Also bei Truckmania 2 bei der Aufnahme hat es super funktioniert. Keine großartigen Veränderungen zu früher. Also hier in Angry Birds, da war es ziemlich, das ist ziemlich rucklig zugegangen dann während der Aufnahme. Und das kann ich ihr, ja, es wird jetzt bei Angry Birds nicht so sehr stören. Da lebt, das hätten wir auch mal so, wie jemand sagt. Also, hey, ich jetzt. So, ähm, ja, stelle ich jetzt bei Angry Birds nicht so, wenn es vielleicht mal ein bisschen ruckelt, aber es war schon ziemlich nervig. Und da ich sowieso Reps verwendet habe vor Texturier, war das auch kein Problem wieder zurückzusteigen und, ja, haben wir mal wieder alles einstellen müssen. Aber jetzt läuft es ziemlich flüssig. So, dann werde ich so lange das Problem noch nicht gelöst haben mit Texturier und Angry Birds. Also, das ist wirklich nur bei Angry Birds. Äh, Dead Island habe ich auch probiert aufnehmen. Da gibt es ja auch noch ein Let's Play Together, das wahrscheinlich sicher, höchstwahrscheinlich immer weitergehen wird. Ähm, aber das ist mit Deponia mal ein bisschen weiter, ja, unwichtiger, sag ich mal. So, irgendwie muss das doch gehen. Ich bin jetzt beim ersten Mal da. So, was passiert da? Gar nichts. Okay, der muss im Kling. Dann bringt sich das alles nichts. Ich muss das irgendwie da reinbringen und nicht da immer anschießen. So, genau. Dann kann ich die Gschad darüber schleudern. Naja, ich bin natürlich auch noch stärker, aber es ist zumindest mal etwas kaputt. So, und hier rein, oben rein schießt. Dann geht es, dann ist es vielleicht viel besser, weil da doch etwas mehr kaputt geht. Und, da seht ihr schon, das war meine Höchstpunktzahl. Ah, wo, zwei Vögel haben wir noch übrig. Also, das sind auf jeden Fall drei Sterne und jetzt sind wir so weit wie in der letzten Aufnahme. Und jetzt geht es auch direkt weiter in den nächsten Level. Alles wieder wie früher. So, das Problem ist, sobald ich dann wieder bei jedem Projekt mal wieder drinnen bin und die ersten paar Aufnahmen gemacht habe, dann wird das schon wieder gehen. So, wo soll ich den denn aus hinschließen? Hinterher. Naja, ich kann es natürlich wieder nicht ausschließen, dass ich jetzt schon irgendeinen Fehler gemacht habe, aber wir müssen wieder ein paar Techniken ausprobieren. Bei jedem Level. Aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus, so. Wenn das explodiert, wenn der Sterne jetzt nicht drauf geht, dann haben wir so gut wie versagt, weil da hinten ist noch immer einer. Ja, und den werden wir so jetzt nicht mehr schaffen. Ist da hinten irgendwas? Ein goldenes Ei. So, die goldenen Ei-Levels, die habe ich leider noch nicht alle freigeschalten, wie das mal in... Was ich im Let's Play auch gehabt habe. Da muss ich nochmal drauf schauen, aber... Das wird jetzt hier in dem Part noch nicht so schlimm sein. So, hier sind wir nochmal alles. Der Kleine da lebt noch und der da hinten. Vielleicht gibt es das aber trotzdem jetzt aus. Machen wir so und der fliegt natürlich... Parallt der da wieder ein bisschen blöd ab und fliegt ganz zurück. So, das sieht doch schon mal wieder etwas besser aus, wenn ich hier ran schieße. Wenn ich hier alles rumschleudern, dann lebt er aber trotzdem schon wieder so ein kleiner da. Ist der auch noch? Das geht sich wieder nicht aus. Nehme ich ebenfalls mal an. Nein. Natürlich nicht. Und wir haben nicht noch zufällig einen Vogel. Nein. Das ist wirklich das Einzige. So. Ja, ich will halt auch nicht zu schnell jetzt Techniken wechseln. Also, dass ich jetzt schon was anderes versuche. Obwohl ich vielleicht auch so... Wenn die ganze Zeit da richtig ist, was ich hier mache. Aber es schaut nicht so aus. Es schaut nicht so aus. Was nicht da hinschieße. Ja, so sind zumindest mal hier alle. Nicht hier dann noch. Da sind wir zum Explodieren bringen. Natürlich wäre das TNT natürlich auch super, wenn es Explodiert. Ich habe ziemlich oft natürlich im letzten Satz gesagt. Aber das kann man natürlich auch aus Zufall gesagt haben. Ist natürlich nicht Pflicht. So. Das ist jetzt schon wieder nur zwei Sterne. Hm. Aber das damals... Das hat schon vorher ganz gut ausgeschaut. Vielleicht kann ich da noch... Ich muss noch ein bisschen mehr Schaden machen. Aber so geht es nicht. Ich muss, glaube ich... Der erste Vogel, dass er da hinten hinkommt... Na, da explodiert mich. Ich bliefe gerne mich auch in die Luft. Und so kürzer noch, glaube ich. Ja, bei dem bin ich jetzt nicht sicher, ob den... Irgendwie... Ich bin so irgendwie erledigen können. Bei dem Kleinen da vorne. So. Ziemlich klein hier jetzt gerade alles. Ich habe mich halt ausgesucht. Man kann schon mal sehen, dass ich hier irgendjemanden übersehe, den ich noch nicht erledigt habe. So. Dann lebt der da oben, der da hinten. Ich bin unverschämt. Jetzt sieht er der Kleine da vorne. Na. So wird's nix. So auch nicht. Wie fürchte ich. Gucken wir doch einfach mal... Nein, das ist da da vorne. Und zerst den doch her vorne. So, das wirkt dir ganz gut so. Okay. Okay, okay, okay. Na, das ist ein bisschen zu wenig. Ich wollte hier mal herschießen auf das TNT. So, jetzt können wir mit dem hinten noch ein paar erledigen. Ein bisschen was kaputt machen. Ja, aber wie soll denn der Daufe kommen? Das hätte ich mir mal vorher überlegen müssen. So. Wenn ich den da schon explodieren lasse, ist er ein bisschen zu früh. Das geht auch nicht, weil dann ist der Kleine da vorne unverwundet oder nur leicht verwundet. Das ist aber in diesem Fall ziemlich schlecht. So, jetzt fühlt er dann noch da aus. Der Daufe macht danach aber was kaputt. So, hoffentlich geht das jetzt aus, wenn wir da hinten sind. Ach, verdammt. Okay, ein bisschen weiter schießen. Versuchen wir jetzt erstmal das da hinten. Zuerst und dann. So, dass da hinten alle erledigt sind. Und jetzt. Verdammt. Wieder ein bisschen zu früh. Dass der TNT nicht hoch geht. Na, Mann, Mann, Mann. Ich will es aber auch mal versuchen. Bevor ich jetzt wieder was anderes ausprobe. So, der da, der da. So. Und jetzt ein bisschen weiter hinten. Kleine kommt. Ja, super. Ne, das wird nichts. Ja, ach so. Jetzt habe ich zur falsche Taste gedrückt. Jetzt habe ich zu. Ups, ich berücke mich mal lieber wieder. So. Und versuche es nochmal. Ah. Naja, so sieht alles gut aus. Es geht definitiv mehr kaputt gehen. Beispiel der da. Mist. Oh, sogar mehr Punkte als vorhin. Ja, schauen wir mal. Also 135.000. Das kann auf jeden Fall was bringen. Ja, super. Ja, super. Noch eine Levelkraft. Aha. Ein Monster Truck. Zwei kleine Autos. Und, ja. Ein paar Schweine, die unter der Brücke leben. In einer kaputten Brücke. Ein Schweinen geht es ziemlich schlecht. So, was ist mit dem Auto? Rollt es überhaupt? Ne, das ist anklebt. Auf dem... Und jetzt bewegt sich's. Treffen jedenfalls. Ah, nein. Ich glaub, das können wir schon wieder vergessen, weil... Spiel ist bestimmt nicht so nett und sagt uns, dass da noch einer lebt. Einfach mal so da ganz durchs Klappen nicht. So, jetzt fällt das Auto da oben ein bisschen auseinander. Irgendwo bleibt es hängen immer. So, da können wir schon ein bisschen mehr kaputt machen. Hm, das hat er leider nicht. So weit da nach hinten kommen wir auch nicht. Hm, wie geht denn das jetzt? Der lebt schon wieder. Dass da irgendwas zusammenbricht... Nein. Dann wollen wir da wieder hängen. Ah, ne. Ich glaub, eh alles. So, aber da hinten... Keine Ahnung, wie das geht. So bestimmt nicht. Weil beide können wir so nicht mehr erledigen. Hier ist das vorgemacht. Super, das sieht... Wer hätte gut ausgesehen, wenn das nach Zusammenbrich gebrochen wäre. Dann halt nicht. So. So. Hm, ziemlich ramponiert schon das Brett. Aber nicht so sehr, damit das zusammenbricht. Jetzt aber... Und hinten machen wir mal Klappwechslung. so. So. Und jetzt... So. Tempeteat. Dumpit. Keine Ahnung, was ich gesagt hab. Nicht etwas schlechtes Wetter draußen oder der Wolken. Das ist... Strübt meine Stimmung. Wenn ich Angry Birds spiele, habe ich allgemein sowieso keine gute Stimmung, aber das ist nochmal... Das verschlechtert es noch einmal. Vielfaches. So. So. So geht das da hinten auf jeden Fall. Und das, was wird. So, 18 Minuten habe ich jetzt am Teil einmal eingeschalten. Sollten ursprünglich 18 Minuten folgen werden, glaube ich. Die letzten war es noch ein bisschen länger. So, der Reifen, überfahrt den zwar, aber das macht mir überhaupt nichts aus. Schweine sind nämlich abgehärtet gegen Autos, gegen Autoreifen. Sehr täglich mit zu kämpfen. Jetzt haben wir da irgendwas im Auto machen sollten, weil das, wenn das einfach so nur runter fliegt, dann fehlen die Reifen, die sich die ganze Zeit abkommt und dann mache ich gar keinen Schaden, aber ich probiere das hinten noch einmal. So was wieder falsch. Endlich muss man... So, nein, ich glaube nicht, die Bretter sind gerade noch sehr schön. So, ich weiß nicht, wie der jetzt aufgegangen ist, wie wir das geschafft haben. Ich nehme mal an, 650.000. Nein, doch nicht, wir haben es geschafft. Wie viele Level schaffen wir heute noch? Es ist ja fast wie eine Reihe an Leveln, die wir hier schaffen. So. Die Bretter hier, falls euch wundert, liegen auf einfach aufsachen und durchsichtigen Feldern. Ich weiß nicht, ob man die im hochgeladenen Video noch sieht, weil ich ja ein bisschen die Qualität da runterschrauben muss. Was für meine Internetleitung hat, das ist immer ein kleines Problem. So, was machen wir hier? Das ist ja irgendwie im Horn. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich probiere hier einfach mal ein bisschen rum. So, hier wird das geprüft. Das füllt alles auf die Tau auf, das ganze Essen. Jetzt ist hier noch so ein Typ. Was wir schaffen, denn wir reinzuschießen und dann so. Ja, das schade dem schon ein bisschen, aber so ganz ist das jetzt nicht wirklich ein guter Plan. Hm, so. Nochmal da rein. Das ist jetzt schon ganz gut ausgeschaut mit dem, was sich da runterflickt. Und dann fliegt das noch runter. Dann stützt das noch so auf den drauf. Und dann da drauf schießen. Das geht, glaube ich, nicht, weil die sind durchsichtigen Feldern. Die halten das komplett auf. Das ist jetzt auch eine blöde Idee, oder? Ja, jetzt fliegt das Essen noch den drauf. Aber das bringt sich nichts. Jetzt ist aber der Kronevogel, Kronevogel, auch so, 20.000 noch, äh, 200.000 und das ist ein Steinwert. Hätte ich mir auch geben auf jeden Fall, also so gut, weil das wirklich nicht ein Stern ist. Ist auf jeden Fall definitiv hier richtig bewertet. Ich habe nichts dagegen anzuwenden. Ah, jetzt fliegt das da hinten noch. Und hat das vielleicht, ja, und das und das. So, das habe ich nämlich schon ein bisschen vermisst, dass das nicht umflicht. Klappt das vielleicht noch? Nein, das haltet, äh, ich glaube, ich muss da reinschießen. Ich glaube, ich muss hier noch herschießen, jetzt, 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 oder? Ja, und das ganze Essen und die Dings. Ich versuche es einfach mal hier anzuschießen, schauen wir, was das bringt. Nein, hier oben. Nein, weil das irgendwie noch aufgehalten wird. Und das ist, okay. Oder vielleicht einmal das hier weggeben. Ich denke, das ist das, was so aufhaltet, oder? Na? Das war eh klar, das ist der ganze jetzt zu niedrig, das ist einmal zu hoch. Das ist mal ein bisschen anders, so. Das ist das weg, aber jetzt hält ja das wieder das auf. So, ich habe mir gedacht, weil da jetzt irgendwo, ja. Na gut, wüsste ich jetzt nicht wirklich, was es was bringt. Wir hier anschießen. Ja, flucht das um, so. Das ist jetzt aber nicht wirklich eine tragende Rolle spielt. So, ah, jetzt ist das irgendwie kaputt gegangen. Okay. Wir sind jetzt auch noch nicht sehr weit da. Ich wollte, ich wollte aber jetzt absichtlich, wir waren das hingeschossen. So, dann kann ich da anschießen. Dann flügt das runter, das, aber wir haben keinen Vogel mehr. Da bräuchte ich das direkt ab. Ah. Gleich beim ersten Schuss. Okay, versuche ich es halt doch nochmal hier anzuschießen. So. Okay, dann sperre ich mal den Weg da vorne auf jeden Fall mal auf. Dann kann ich hier direkt vorne rein, aber habe trotzdem alle Vögel verbraucht. Und viel weniger Punkte. Na, einmal versuche ich es noch so. Falls das wird, gut. Falls nicht. Äh, Mist. Der hat fast geklappt. So, und komm einfach nur. Das gibt es doch nicht. Das ist nicht umfliegt, einfach. So, jetzt vielleicht. Ja, was ist das, was das bringt. Gar nichts. Okay, na. Das ist der falsche Weg. Der definitiv falsche Weg. Gefällt mir das hier schon eher. Ich habe auf einmal einen anderen Tamer, darum habe ich den letzten, also einen anderen Ton. Darum habe ich den letztes Mal irgendwie nicht gehört. So ist das. Ich dachte, jetzt geht es vielleicht einfacher, weil diese Dinger hier weg sind. Aber, okay, Leute. Äh, dann würde ich sagen, äh, belassen wir es erstmal dabei. Drei Levels haben wir eigentlich in dem Part geschafft. Eigentlich nur zwei neue. Mist. Ich glaube, wir müssen es vielleicht ablenken. Äh, jedenfalls, äh, danke euch fürs Zuschauen. Also, das geht da ja nicht. Das kann ich nur da machen. So. So. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Part wieder von Angry Birds. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.